Was würdest du zukünftigen Auszubildenden mit auf den Weg geben? Ja, dass die auf jeden Fall halt vom Anfang schon viel für die Ausbildung lernen und dass die auch so offen und direkt bleiben, wenn die irgendwelche Themen nicht verstehen, dass die einfach an den anderen gehen und die mal fragen, ob die mal Unterstützung gekommen sind und auch, dass die natürlich hier die Ausbildung machen. Ja, dann danke für das Gespräch. Glücklicherweise konnten wir dich als Vermessungstechniker gewinnen, dass du weiter bei uns bleibst und ich freue mich, dass wir deinen beruflichen Werdegang mitgestalten können. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur bestandenen Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.